So Jonas, ich gehe jetzt mal kurz aufs Klo. Ich bin dann so in 5 bis 10 Minuten wieder da. Bis gleich. Ja, bis gleich. Hallo? Jo, okay. Was ist denn jetzt hier? Was ist hier los? Oh mein Gott, okay. Kevin macht Aufnahme. Okay, wir laden mal einfach rein, komm. Ich mache jetzt Aufnahme. Nee, abgelehnt. Jetzt. Oh, das ist Jonas. Ist er mit Jonas in eine Aufnahme? Ich habe eine Idee. Wir veräppeln jetzt Jo Jonas. Ist das Jonas? Bis... Ah, nee, warte mal. Ich muss so schreiben, dass Jonas denkt, ich bin Kevin. Hallo, hier nochmal ein kleiner Werbeeinschnitt. Und zwar möchte ich euch nochmal ein bisschen mehr zu dem Spiel Kingdom Maker erzählen. Kingdom Maker ist das Spiel, in dem es nur eine einzige Regel gibt. Und zwar deine. Vielen Dank schon mal an die Zusammenarbeit. Ihr könnt euch jetzt schon mal gerne Kingdom Maker komplett kostenlos über den ersten Link in der Videobeschreibung herunterladen. Du startest quasi in das Spiel rein, kannst deine eigene Stadt gründen. Du kannst selbst entscheiden, wie du aussiehst. Im Spiel gibt es eine wirklich magische, komplett Open World Spielfläche, wo es krasse Abenteuer zu entdecken gibt. Und wie wäre es mit einer kleinen Geschichtenerzählung? Erschaffe in dem Spiel deine eigene epische Saga, indem du dich mit den verschiedenen noblen Mächten und Herrschern auseinandersetzt und dir natürlich im besten Fall deinen Weg ganz an die Spitze bahnt. Indem du jemanden ermordest oder manipulierst. Natürlich kannst du auch mit anderen Spielern interagieren. Entweder du stärkst deine Verbindung zu anderen Mächten, indem du zum Beispiel einer Allianz beitrittst. Übrigens, ihr seht jetzt hier auch mal ganz kurz Videomaterial. Trete auch gerne mal meiner Allianz bei, und zwar der Clash Games Army. Wenn ihr jetzt noch mehr über das Spiel erfahren möchtet, schau die Tage gerne mal auf meinem Zweitkanal. Kevin spielt vorbei. Denn dort werde ich nochmal ein ausführliches Video posten, wo ich dich an die Hand nehme und dir nochmal ein bisschen mehr zeige, was das Spiel alles kann. Lade dir jetzt Kingdom Maker über den Link kostenlos in der Videobeschreibung herunter. Hallo, hier ist Kevin. Und nicht Max. Junge, was schreibt der denn jetzt so lange halt? Hm, das, damit Jonas auch weiß, dass das nicht das, was ich bin und nicht jetzt, also, dass das jetzt hier Kevin ist, der schreibt. Wer bist du? Ah ne, ich weiß ja, dass das Jonas ist. Wie geht's dir? Ich frage Jonas gleich mal, ob der mir, ob der mir Jams gibt für Opening. Weil Kevin ist immer noch ein bisschen sauer auf mich. Junge, was ist das denn? Das ist ja mega lust. Hallo, hier ist Kevin und nicht Max. Wie geht es dir? Oh je. Erstmal Daumen nach oben, würde ich sagen. Ah, Jonas hat einen Daumen nach oben gesendet. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Und dir? Ah, warte mal. Ich muss jetzt überlegen. Was würde Kevin jetzt schreiben? Mir geht es... Mir geht es auch gut. Mit so den Smiley. Mir geht es auch gut. Ja, das ist auch schön. Kannst du mir Jams leihen, weil ich gerade kein Geld habe? Kannst du mir Geld leihen, weil ich gerade kein Geld habe? Weil Jonas würde bestimmt Kevin Geld leihen. Und dann sendet er mir das Geld. Und dann mache ich das einfach auf mein Account. Das ist voll schlau. Er schreibt M. Was soll ich da schreiben? Kevin? Ja. Ich bin da. Nein. Nein. Ja, ich bin da. Kann ich dir auch morgen wiedergeben? Kann ich dir auch morgen wiedergeben? Weil ich brauche mehr Jams auf mein Account. Auf meinen Max-Account. Da habe ich noch nicht so genug. Und da habe ich noch nicht alle Brawlers. Nein. Nein, sorry. Hm, Scheiße. Wir müssen uns ein bisschen bei Jonas einschleimen. Weißt du, dass du der beste YouTuber bist? Weißt du, dass du der beste YouTuber bist? Das wäre mir aber Kevin nicht so gefallen. Ah, nee, warte mal. Würde Kevin das schreiben? Danke. Wir dürfen nicht zu sehr schreiben, dass Jonas denkt, dass ich das bin. Ja, jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Du, ich schreibe jetzt, du bist besser auf YouTube als ich. In Klammern. Ich bin Clash äh Clash Games. Du bist besser auf YouTube als ich. Ich bin Clash Danke, das weiß ich. Wir pränken den. Danke, das weiß ich. Hm, was schreiben wir jetzt? Oh je. Du bist Du bist besser im Brawl als ich. Du bist auch besser in Brawl als ich. Ja, der Jonas, der muss das, der muss das uns Geld geben gleich. Ich schreibe noch so ein Herz dahinter. Ja, aber du hast mehr Trophäen. Da musst du sagen, Kevin ist aktuell 10.000 Trophäen mehr. 10.000 Trophäen mehr als ich. Ja, aber du hast mehr Trophäen. Fast 40k. Ja, aber ich bin nicht so gut. Ja, aber ich bin nicht so gut. Ja, das kann sein bei Kevin, das stimmt. Jonas ist also ähm du bist besser. Komm wir machen eins gegen eins wenn ich gewinne ne wenn du gewinnst gibst du mir 2000 Juwelen damit ich besser werden kann. Yo du bist besser komm wir machen eins gegen eins wenn du gewinnst gibst du mir 2000 Juwelen damit ich besser werden kann. Yo ja dann verliere ich ja lieber. Das muss er machen. das ist voll dumm wenn er es nicht macht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Machen wir. Machen wir. Okay, sehr gut. Ich lade dich ein in runde Testspiel. Ich lade dich in ein runde Testspiel. Okay, er ist raus. Okay, geh mir auch bitte ne Stirn mal raus. Da, Jonas. Okay, er lädt mich ein. Dein hat er hat er 1 gegen 1 1 gegen 1. Oh lol. Warte, welches ist der Lieblings Brawler von Jonas? Dein Liebling, ich glaube Leon. Dein Lieblings Brawler ist Leon. Richtig? Okay. Dein Lieblings Brawler ist Leon. Richtig, ja. Okay, dann Leon. So, und jetzt lasse ich Jonas einfach gewinnen und spiele voll schlecht und dann habe ich ganz, ganz schnell einfach Juwelen bekommen, gratis. 2000. So, okay, also wenn ich gewinne, dann muss ich 2000 Gems zahlen, also verdere ich das einfach am besten, oder? Ich bin gespannt, wie er spielt. Ich bin erstmal richtig ich komme. Okay, wir gehen rein. Hä? So. Oh, das ist jetzt. Ich darf nicht zu unauffällig schlecht spielen. Okay, gut, also ich weiß, ist es nett zu gewinnen oder zu verlieren, weil wenn ich gewinne, dann würde ich ihn gewinnen lassen, aber ich muss weiter aus den Gems zahlen. Unsichtbar gegangen. krankt. Aber ich habe nicht so ganz doll schlecht gespielt, dass er das nicht glaubt. was? Ja, das ist aber gut jetzt. Jetzt hat Jonas, das war ein bisschen spannend, aber ich war halt nicht so gut. Also nicht ganz so schlecht, aber jetzt kriege ich, jetzt kriege ich 2000 von ihnen. Nein, ich habe mich geflüchtet. Ah, ja, Junge, schade. Guck, Jonas, du bist viel besser als ich, kriege ich 2000. Jonas, du bist viel besser als ich. Ja, perfekt. Nein. Nein. Warum? 100 Euro sind viel. 100 Euro sind viel. Aber du hast es versprochen. Ah, du hast es versprochen. Kevin gibt dir das Geld morgen wieder. Kevin gibt das Morgengeld wieder. Okay. Also ich. Was? Schreibt er. Er schreibt okay. Kannst du mir Code senden? Okay. Er schreibt okay. Ähm, wo sendest du? Haha, sensiert. Das kann ich nicht lesen. Achso, okay. Kevin? Ja, ich frage erst mal, was wirklich ist. Du bist es wirklich. Ja, ich bin Kevin. So, warum sehe ich Max im Deskort ist an die Frage. Hätte Kevin das jetzt geantwortet? Ähm, das ist ein Bildfehler. Oh je. Wo sieht er mich denn? Ist hier eine Kamera in der Luft? Max, ich kann nicht sehen. Bist du in dem Raum hier? Ich sehe dich nicht. Wo ist die Kamera? Ich bin ich ich bin Kevin gerade. Max ist nicht da. Nein. Mann, der ist so doof, ey, wann macht er das nicht? Mann, Jonas, du bist so doof. Ich bin Kevin. Du lügst nur, blöd Mann. Der ist so doof. Nerv nicht. nicht. Was soll das? Ich gehe jetzt. Tschüss. Mann, so ein doof Mann, ey, der hat gesagt, er gibt mir Gems und jetzt gibt er keine Gems. Ich gehe jetzt weg. So ein blöd Mann, ey. S S S S S S S